Hi Leute! Ich weiß auch nicht was los ist, aber ich habe mal wieder nach Wochen der Qual und der Folter, dass ich nicht gespielt habe. Nein, Spaß! Also ich habe länger nicht mehr Loil gespielt und jetzt ist der Zeit gekommen, wo man mal wieder sagen musste, ach komm, scheiß auf Loil. Spielen wir ein 3 und 3. FlexQ, FlexRanked. Ich habe gestern eine Runde mal wieder gemacht, die lief eigentlich ganz okay, mein Team hat wirklich total Favor. Und ich bin dann wirklich in der letzten Grütze eingerankt worden, wo man überhaupt eingerankt werden kann. Also ich glaube, tiefer eingerankt werden naja, logischerweise geht es nicht. Und damit könnte ich jetzt erschließen, wo ich in FlexQ 3 und 3 eingerankt wurde. Es sieht ein bisschen lächerlich aus, wenn dann in der Mitte irgendwas mit Platin steht und daneben irgendwas braunes ist. Okay, sorry. Ja, und weil ich gedacht habe, komm, ah geil hier, wir haben uns so gut unterhalten in der Champions Select hier mit den beiden Mates hier, irgendwie zwei Deutsche, die zusammen gerade zocken und halt beieinander sind. Also ich habe danach gefragt, wie das Internet natürlich ist, weil ich kenne das ja von früher auch, habe ich auch gemacht. Und dann war das immer zu zweit so ein bisschen schwierig mit Loil, ne? Aber der hat eine 50K-Leitung, ne, dann ist das natürlich kein Problem. Wenn man eine 50K-Leitung hat, ist natürlich alles nice, dann braucht man sich auch keine Gedanken mehr machen. Und irgendwie scheint ja, das finde ich so merkwürdig, also sorry, dass ich so viel quatsche, aber das muss jetzt einfach mal sein. Ich habe einfach schon länger kein Video mehr gemacht, wo ich viel quatschen kann. Ich verstehe es nicht, warum es so ist, aber auf jeden Fall ist gerade bei 3 und 3 irgendwie sind ACs da voll drin. Ich raff es nicht, ich finde es unsinnig eigentlich und ich glaube auch, dass es in der höheren Elo überhaupt nicht funktionieren würde, aber hier ist das irgendwie easy going, ne? Also... Ah, da kommt noch ein Hit. Okay. Ah, das war ein bisschen mehr Damage, als ich kassieren wollte. Ah, das war wirklich ein bisschen mehr, als ich kassieren wollte. Na gut, aber sie hat keine Dampen mehr, das heißt, wir können ja nicht voll hängen gehen. Ich will der auf die Nuss gehen, ich will der auf die Nuss gehen, ich sehe sie, sie muss jetzt mal richtig hier... Fick die Hände, Alter. Ja, die Hände, da muss weggefickt werden, die Lisa... Riebra... Was ist das für ein Name, also Lisa... Oh, das... Ich habe hier gekriegt, Wort. Oh, Gang, jetzt gibt's Gang, du bist so weiter hinten. Mann, ah... Sie war sofort eingepuscht, jetzt kriegen können, oh, die Lust, kann es aber noch kriegen. Gang. Verdammt, jetzt ist zu spät. Ja, jetzt habe ich da für 2 Minuten verpasst. Danke. Es wäre echt guter Gang geworden. Oh, was ist denn das hier? Okay, ich muss klicken, aber das Tod ist leider. Das Problem ist, dass Rissana mich halt irgendwann out... outranger wird. Und dass ich mir jetzt bewusst werde, dass ich mehr Agnizismen, aber das ist bei Leuten einfach so. Das ist das Spiel der Agnizismen. Was war das jetzt? Okay, gib mir eine Bombe, aber mach keinen Hit mehr. Das ist natürlich eine gute Idee. Oh, der wird sich wild jetzt sowas von holen, ja, ne? Hat die eigentlich Wort, Alter? Die rennt jedes Mal los. Soweit der Nautilus auch nur irgendwie in ihre Richtung guckt. Der schaut da hin und die denkt sich... Oh, ich habe Angst. Ich bin eine ängstliche Henne. Die... ...Liser... 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 ...Liser Jig... ...Henne... Oh, du hast es mich gesehen. War das so lange noch Vision... ...Wurde so lange noch Vision angezeigt? Meine Güte. Kennt ihr das, wenn man sich Minions selber madig macht und sie das nicht kriecht? Oh... Na gut, jetzt ist aber fieses Match-Up die neue... ...Ging. Die Leute sind Healt, wir werden hier mal den Superplan. oh mein gott 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 leute als ob ich die bombe noch aufgekriegt hab ja ich bin sowas von dead ja flash mal für mich fuck ich hätte nicht noch mal flashen sollen ich habe irgendwie gedacht dass da oben noch nautilus wäre und ich dann irgendwie mit dem zusammen auf lux gehen könnte aber hat sich ja wohl mal nicht bewahrheitet schade so ich habe gehört dass krit werden mittlerweile richtig stark so dass die ich jetzt einfach kriegt nur um sie geflasht wieder geflasht ist euch hätte ja auch die Staudern ohne Witzel so wie die ich habe halt wohl wenn ich oder noch nicht viele Menschen ich glaube das werden doch ein bisschen wie sein sie stellt sich noch mal doof vor der Wanderung der Chance ich versuche sehr ein bisschen die Richtung zu bewegen ich glaube ich hätte wohl drücken sondern ich glaube ich gibt es hätte der Mischung ist aber ich wollte mir die Olds aufsparen als sie es mit Umlauf sind die du jetzt kommt dass ich weg bin dann hat die Chance ich habe auch kein Standard ich weiß nicht wo jetzt habe ich dann dachte irgendwie dass ich sterbe weil es scheint sich hier nicht nein 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 verdammt ok aber war es zum doch wieder gut angekommen die beiden Kids waren okay ich hätte gerade wieder euch hätte ich muss einfach mal Old machen nicht drückt die ich macht ihn viel zu selten bei mir muss ich einfach sagen dass ich immer so denke ach komm schaffe ich auch so kommt schon kommt schon kommt ja oh mein gott cdp losgård 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 ich glaube an euch die premats des todes lust schade 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 alter was war das für premat-götter gerade er überlebt mit pixeln er kriegt der Anerkennung vorliegen also sei es immer für mich die Kinder in der rechten fast im Preis okay ich meine ich habe nicht alles gesehen das war ein Aktioner kann ja trotzdem hat er auch was man sich mit loben ist auch von sich die ich auch einfach so sagen ich traue mich aber nicht so richtig vertreten reiten unterhand zu gehen und merkt schon jetzt und so weiter kurz dran und genau so jetzt war ich das gespielt für mich die bombe macht aber lächerlich viel schaden hat der wort der es feiert hat als dinge die tristane deswegen macht die bombe ständig lol er hat es davor schon mal geprockt habe ich jetzt noch keinem gesehen wird die robo der händler so viel trocken kann gerade ist mit gewisse hat hat mein gott okay ich nehme alles was meine team zurück oh mein gott tank die scheiße so mein gott nicht mini ich habe gedacht ich will jetzt klick mich mit ihr das ist ein im Götzler ja okay aber ich muss sagen dass das du jetzt nicht unbedingt mit Ruhm gekleckert also der eine Kinder war echt geil und ich hab nicht mehr verpasst ich komm lange mal wieder rein natürlich ist nur das Wort das Warte bei ruhig und das Scheiße Jakob genau deswegen mach ich nicht die Weisheit zwischen 6 und 200 wehen mit ihrer scheiß ich will die haben nein schaffe ich das oh mein Gott nein die Bombe die Bombe die Bombe warte kann ich mich heilen irgendwie oh gitte oh mein was ha das war ja mal so close soll noch mal einer sagen es lohnt sich nicht Dinge zu holen hier das heißt jetzt machen wir zu nehmen oder die Käse über streamen zu haben alter Schwäne oh ich muss gleich nach oben Leute die schaffen das oder oh mein Gott ihr seid tode locker also ihr Gegner mal ich bin ja ich glaub du bist schon mal tot okay oh leuchten ich bin ich bin Idioten ich bin zweimal Tor gelaufen also durch glaube ich hätte nur ich hätte ein Schilder weniger kriegen können auf jeden Fall ich habe einmal missklickt ich wollte mich das schon so sagen oh dafür gibt es keine Röder und dann hätte es sich fast sogar noch gelohnt weil ich den Missklick im Fall egal fast schon so ho oh mein Gott knapp der Tollwut Wolf hat zugeschlagen sein Opfer gebissen und ist der Tollwut anheim fallen lassen oh mein Gott da ist mir kurz der Castergeist durchgegangen oh komm 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 nochmal noch eine Runde los Wolf lass deine vergifteten Lefzen in ihr Fleisch versinken oh der Schatz nicht schade da hab ich versucht es so schön zu machen oh ich wurde irgendwo angeschrieben Battlenet dann antworte ich gleich mal auf Battlenet oh mein Gott der Flash scheiße ich hätte reingehen sollen glaube ich nicht weg oh das war gut nein nein aaaaaaah der eine Hit der eine Hit hat die Pixel und ich hab den Hit nicht raus ich hab den Hit nicht genug Deck-Speed fuck alter was hat das denn ja ist ja gut ich antworte euch gleich da ist noch ein bisschen Lebensraum alter Mann komm Tollwut Wolf oh mein Gott geh nicht in den Nexus Tower oh mein Gott das Schild oh er redet wirklich in den Nexus Tower oh mein Gott pfff hä ab wo greift denn der an bitte er stand ja da drauf ich dachte er ist da oben oh gollo jetzt kommt die Kabel der Rieder jetzt muss ich mir angucken oh sie springt wo bin ich denn hier was war das denn was war das denn für ein Jump oh die stirbt jetzt noch oh mein Gott sie schafft's go go ein Hieb von der Ult oh mein Gott oh wenn sie jetzt da bleibt oh ich weiß jetzt ob sie mit Flash kriegen Flash Queue ich mach mal ja weil sie noch kurze Sekunde stehen geblieben ist für die Aktivierung des Queues alter aber was war das denn von der Tristana was war das denn das kann man sich ja gar nicht mit angucken also echt ey ach fuck ich hab gefehlt oh doch what oh mein Gott Leute und ich missklicke des Todes so jetzt aber also echt ey was mach ich denn Tristana ist aus dem Gang geflogen oh mein Gott war das Damage oh ho 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 oh das ist ein 3-Hit alter der Q-Damage ist ja richtig insane ich glaub ich muss so echt level sein evil broken oh nächste Runde oh mein Gott das ist ja schon nicht mehr feierlich oh mein Gott ey meine Bronzeabenteuer machen schon Bock jo ist okay oh jetzt hat sie eingestellt oh man warum stellt sich nicht mehr vor der Wand Leute was ist das für ne Ult gewesen bist du total boosted oder was und du auch oh mein Gott ich bin boosted oh mein Gott ich bin boosted ne doch nicht nein das reicht nicht nein oh oh er kriegt die noch viel okay passt schon alles gut ist gut stört mich aber auch nicht dass er den Griechen eigentlich war nur so der erste erste Schreckmoment alter oh mein Gott ist denn hier los das Geld der Rieke ist ich kann in eine halbe Stunde der Base chillen ja oder soll ich immer Blade holen ach komm wir auch mal Blade hab ich noch ein Slows auch nicht schlecht Blade ist zwar ein bisschen Oldschool aber ich bin ja auch von der alten Schule seit 7.2 dabei dann kann man sowas schon machen oh jetzt werden sie gegrillt lol na ja da ist die Sankt und wir sagen für die Schicksal für die Schürzen also 3 oder 3 und gehen bis zumal sein Tio so erlebt auch nur die Luchs gleich zu sagen auch okay die wir gehen ja irgendwo hinspringen und irgendwo komisch Fleisch oder so das Haus oder so gefallen und er ist geallt ab das kann und sie hat uns gestanden habe ich auch gesehen Ich habe mich nie bewegt Ich hätte einfach nur so machen können Oh lol Oh sorry, tut mir leid, es tut mir wirklich leid Aber es macht einfach Laune, wirklich Also okay, GG, also ihr habt gut gespielt, Jungs Und wedelt Ich bin glaube ich einmal am falschen Elo eingerangt worden Es tut mir auch leid, das hört sich so überheblich an Aber es sah einfach so aus Also sorry Okay Leute, macht's gut, war eine sehr witzige Unterhaltende Runde Bis dann, ciao Der Geist aus dem Schnitt meldet sich jetzt mal kurz bei euch Ich hoffe, ihr merkt das gerade Dass ich ein bisschen mehr Zeit in Videos reinstecke Und ein bisschen schaffe, auch wieder mehr Videos zu machen Vor allem dadurch, dass es gerade wieder mir Mega viel Bock macht, also ich habe gerade wieder mega viel Laune Und mega viele Ideen Und deswegen möchte ich das hier gerade nutzen Um euch kurz einerseits zu sagen, dass ihr jetzt hier beim Abspann Einmal mich abonnieren könnt natürlich Und dann einmal noch ein cooles Gameplay seht Ich glaube ich in Wonder One Von Destiny und mir Und dann habt ihr noch die Chance Weil ich suche gerade sehr nach Leuten Mit denen ich aufnehmen kann Also wenn ihr Bock habt Und einen Kanal besitzt Und einfach Lust habt Eine Runde mit mir aufzunehmen Dann bin ich voll dabei Sofort Irgendein Spiel, was ich und ihr habt Können wir gerne zusammen spielen Meldet euch einfach über persönliche Nachrichten Oder in den Kommentaren Und dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Schönen Tag Fuck Fuck